Hallo, hier seht ihr ein kleines Video, wie Wikipedia versucht zu zeigen, welche Aktivitäten alle dazu führen, dass sie einen gerechtfertigten Spendenaufruf machen können. Dieser Stream ist sehr lustig anzuschauen, deswegen konnten wir es uns nicht verkneifen, ein kleines Video dafür für euch zu machen. Schaut es euch an, jeder der es bei Wikipedia editiert oder löscht oder hinzufügt, es wird hier dokumentiert. Wikipedia sucht nach Spenden, also hat wie immer am Jahresende einen Spendenaufruf gestartet und das soll sozusagen die Legitimation dazu sein. Das war schon wieder ein kleines Video von SupportNet für euch.